Als die verschiedenen Stückchen erzeugen wird, wird es eine Welshly Arms-Song geworden. Die erste Frage ist, was waren deine ersten Schritte in der Musik? Unsere ersten Schritte in der Musik waren wir individuell lernen, unsere Instrumenten zu spielen. Meine war die Gitarre, wir haben die Drums, wir haben die Piano, wir haben viele Singen in der Band. Und so jeder musste lernen und wissen, was sie lieben von der Musik. Und dann haben wir uns gemeinsam zu treffen. Das waren unsere ersten Schritte. Okay, so die nächste Frage ist, wahrscheinlich eine sehr generelle Frage. Wie schreiben Sie Ihre Songs? Every Song wird in eine andere Weise geschrieben. Manchmal hat jemand eine Idee, eine Melodie, eine Lüriere. Und dann, als die verschiedenen Stückchen erzeugen wird, wird es eine Welsh-Arms-Song geworden. Was ist dein größteres Leben? Mein größteres Leben ist wahrscheinlich, dass wir eine Musik machen können, dass wir zusammen mit der Musik spielen können. Und das machen wir für eine lange Zeit. Und auf eine theoretische Basis, was bedeutet dir das Erfolg für dich? Ich glaube, ich glaube, dass es zuerst ein Erfolg ist, was zu tun, was du liebst, was du liebst. Und so, ich glaube, das ist immer noch was das bedeutet. Aber jetzt haben wir neue Gäste, als du weitergehen kannst. Und so, jetzt schauen wir neue Erfolg. Wir wollen einfach die Menschen auf unsere Musik, so viel wie wir können. Und wir machen so viele Rekord, wie wir können. Und, äh, do you have any idols? Yeah, we all have different ones. Mine is Jimmy Hendrix. Alright, so, um, thanks a lot to Welshly Arms. Thank you, it's nice meeting you. Have a nice show. Thank you. Und, äh, ich hoffe, euch gefällt Welshly Arms auch auf dem Mauerflower. Ciao.